Hallo, mein Name ist Justin, ich habe heute beim Boys & Girls da mitgemacht. Statt Schule stand heute ein Infotag beim Landratsamt Groß Gera auf dem Stundenplan. Erst einmal haben wir uns in die Kantine gesetzt und haben uns gegenseitig vorgestellt. Nach der Begrüßung und einem Lunchpaket in der Tasche gingen wir zu unseren heutigen Aufgaben. Alle Kinder, die mitgemacht haben, waren in unterschiedlichen Bereichen. Ich war mit dem Landrat unterwegs. Wir haben geguckt, ob ein Schulweg sicher ist. Anschließend wurden wir noch vom Landrat empfangen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich war mit dem Bildsschiff aus Gewinnsystem. Wir sind schon mal ein Schulweg. Ich meine gute Gedanken. Ich meine. Arbeit, die mitgemacht haben. Ich will mir ein bisschen unten reden. Ihr hat eine Minute drastet. Aber wenn schon cooked. Wir haben keineinladenden Ceckons geschaped.